UNTERTITELUNG Ja, wir wissen schon, dass es Deutschland nicht so einfach hat. Einerseits den faschistischen Angriffskrieg nicht unterstützen. Andererseits mit russischem Ohl im Tank voll Gas geben. Eure Freiheit zu rasen, was das Zeug hält. Unsere Freiheit zu überleben. Seit Kriegsbeginn hat Deutschland über 8 Milliarden Euro für Öl an Russland gezahlt. Fast 7% davon können wir durch ein Tempolimit einsparen. Als es von der Regierung hieß, wir haben nicht genug Schilder, um das Tempolimit durchzusetzen, habe ich gedacht, wieso kriegen wir das nicht hin? Deswegen helfen wir Deutschland. Dank Entwicklungshilfe für Deutschland können alle mithelfen. Ihr könnt ganz einfach bei uns Sticker bestellen, sie vor Ort bei euch an der Autobahn aufkleben und die neuen Geschwindigkeitsbegrenzungen auf unserer Website teilen. Telefon für dich. Deutschland hat den ersten und zweiten Weltkrieg angefangen. Den dritten müssen wir nicht auch noch finanzieren. Lass uns gut im Endeffekt den Grillkopf zudrehen. Jeden Tag ein bisschen mehr. Mach mit! Auf! Leạ. Bleatmen! Baradура! Vielen Dank.